Diesen Bericht präsentiert euch Olymp-Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Diesen Bericht präsentierte euch Olymp-Heizungen, Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Motor TV 22, ja, Großfeld Bergrennen, dieser Audi, dieser 16 Zylinder Audi Union und der muss auch vorbereitet werden. Tom, wenn man da in das Auto reinschaut, den Motor sucht, ist es ein riesen Apparat. Ja, ja, das ist ein 16 Zylinder mit 6 Liter Hubraum und da braucht man schon ein bisschen Geduld und Liebe zu dem Fahrzeug und zu dem Motor. Wenn er länger steht, dass man wieder in Gang kriegt. Und du bist da zuständig bei Audi Tradition für das Auto? Ich bin bei Audi Tradition zuständig für die historischen Rennfahrzeuge, ja. Ja, wunderschön. Also da hat man schon eine Aufgabe, wenn man solche Fahrzeuge auch restaurieren kann, wieder herrichten, zu den Rennen bringen, dort einsetzen. Das ist schon eine tolle Aufgabe. Ja, das ist natürlich schon wie ein 6M Loto, kann man jetzt fast sagen. Das ist schon sehr interessant und es ist eine sehr schöne Arbeit gewesen. Ja, und du hast ja wunderschöne Fahrzeuge, die du betreust. Ja, also es geht natürlich los mit dem NSU 660 über die Silberpfeile, die TM-Fahrzeuge, Rallye-Fahrzeuge bis zur Neuzeit, also LMP, Limon-Fahrzeuge. Ja, wunderschön. Seinen Arbeitsplatz würde ich mir auch wünschen. Da wünschen wir den Tom alles Gute und freuen uns schon auf das nächste Event, die wir sie betreuen. Wir sind dabei auf www.tv22.tv. Tom, alles Gute, heute noch einen wunderschönen Tag und der Stucki, der macht das richtig mit dem Auto. Ja, ja, der geht immer sehr sorgsam damit um und er beherrscht es schon. Ja, ein toller Flieger, da wünschen wir alles Gute, schönen Tag heute noch. Ja, danke gleichfalls. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis. Und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Diebmar Brücke von TV22. Diesen Bericht präsentierte euch Olymp-Heizungen. Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Olymp, die Wärme aus Tirol. Die Wärme aus Tirol.